Der Titelfußballer des Jahres wird in Litauen seit 1965 vom litauischen Fußballverband vergeben. Bis 1990 verlief die Wahl parallel zur Wahl des Fußballers des Jahres in der UDSSR. Ausgezeichnet wird der beste litauische Spieler, der Verein spielt dabei keine Rolle. Aktueller Preisträger ist Main Daugas Kalonas, der für den aserbaidschanischen Verein Rewan Baku Efka spielt. Rekordsieger ist Edgar Rassiank aus Kast, der die Trophäe fünfmal gewinnen konnte. Liste der Titelträger, ja, nennt das Jahr, in dem der Spieler ausgezeichnet wurde. Spieler, nennt den Namen des Spielers. Verein, nennt den Verein, für den der Spieler zum damaligen Zeitpunkt gespielt hat. Position, nennt die Position des Spielers. Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Ranglisten, Spielerplatz, nennt die Platzierung des Spielers. Innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert. Spieler, nennt den Namen des Spielers. Anzahl, nennt die Anzahl der Errungen in Titel. Jahre, nennt die Spielzeit, in denen der Spieler Fußballer des Jahres wurde. Punkt. Alle weiteren bisherigen Preisträger erhielten eine Auszeichnung. Vereine Platz, nennt die Platzierung des Vereins. Innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert. Verein, nennt den Namen des Vereins. Land, nennt das Land des Vereins. Anzahl, nennt die Anzahl der Errungen in Titel. Jahre, nennt die Spielzeit, in denen ein Spieler des Vereins Fußballer des Jahres wurden. Anzahl, nennt die Säge, in denen ein지를Point von Titeln wird. Wir befinden mit dem Feind der Größe derüre Errungen in Titel. interference. bound zu犯. CHEERING Vielen Dank.